Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge des Command & Conquer Alarm Stufe Roach. Zwei Let's Blaze, wo wir gerade hier oben quasi unsere Base schon wieder verschieben wollen. Die nicht aufgegeben haben, aber sie verschieben wollen. Und wir hier oben jetzt hoffen, dass wir hier Ressourcen abbauen können. Mal gucken, ob das klappt. Und dass wir das hier unten gedefft bekommen. Ja, wir haben keine Ressourcen, um das hier alles zu rappen. Das ist das Problem jetzt. Also wir werden unsere Armee hier mal aufteilen müssen. Sehr gut, Eisern auf Vorhang. Ja, kriegt gleich irgendwas, kriegt gleich Eisern auf Vorhang. Es ist alles auf dem Weg nach hier unten. Der Ingenieur ist auf dem Weg dahin. Wir machen das Versuchrennen, das Beste hier draus zu machen. Dass hier gleich wieder eine DEF steht. So. Repp, rep. Eisern auf Vorhang, zack. So. Erdsammler unter Beschuss. Rechtgebäude erobert. So, könnt ihr jetzt dort drinnen abgeben oder nicht? Eihalt befördert. Eihalt befördert. Ich weiß es nicht. Sieht für mich nicht danach aus. Könntet ihr hier mal DEFEN irgendwann? Werdt ihr so freundlich? Danke. So. Äh, noch so ein Ding. So, jetzt verteilen wir die Armee hier mal. Dass wir nicht alles hier unten jetzt haben. Ähm. Hier kommt mir zur Eins. Einer fährt mal nach hier vorne und verrät mir, ob es da hoch geht. Und ihr bleibt hier unten als DEF für die Base stehen. So. Das sieht mir danach aus, als würde es hier hoch gehen. Okay. Gut. Dann. Ihr Sammelpunkt dort. Wir produzieren weiter Einheiten. So wie ihr es von mir gewohnt seid. Arbeiten jetzt hier, dass wir ganz normal mit DEF und Nicht-DEF und bla. Und müssen uns jetzt halt leider an zwei Ecken auf einmal DEFEN. Weil ich das jetzt nicht als das Riesenthema ansehe. Das größte Problem wird werden, dass ich hier oben eine Angriffsarmee brauche. Wir können noch mit zur Eins. Perfekt. Fahrzeug belichtet. Da hin. Der nächste Ressourcenschub kommt. Ich lasse die mal noch nicht hier abbauen. Ich lasse die mal weiter hier oben dran. Das Ding können wir mal noch retten. Reparatur läuft. Sobald jetzt die Ressourcen da sind. Allgemein nochmal alles retten. Reparatur läuft. So, so. Und hier oben auch noch bitte einmal retten. Reparatur läuft. So, hier da drauf. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns langsam auf den Weg nach vorne. Eine großartige Wahl habe ich hier nicht. Aber wenn ich damit aktuell relativ unzufrieden bin, euch könnte ich mal noch rüberholen wieder. Das war mir noch aufgefallen, letzte Folge, dass ich die ja aus Versehen hier unten hingeproduziert hatte, als ich das Gebäude verloren hatte. Ähm, von euch lasse ich jetzt... Oh, einer ist schon da hingefahren. Und der andere geht da hin. Verstärkung bereit. Verstärkung? Ich bin gerade verwundert. Welche Verstärkung gerade bereit geworden ist. Reischabspringer. Ja gut. Gut, nehmen wir das Kanonfutter mal mit. Ähm, das ist unschön. Ups. Die 1 soll hier oben bleiben. So. Äh, du wieder da hin. Und wir bauen hier einmal ein... Eine Werkstatt. Ja. Ihr könnt eigentlich auch hier oben stehen bleiben. Mitten im Wald. Why not? Gucken wir mal, ob das was bringt. Wo die Verstärkung mit dem Fallschirmweg an landet gerade. Ich nehme die einfach mit gleich. Ganz ehrlich. Sie ist nicht super wertvoll, aber sie ist besser als nichts. Eine alte Devise. Hier mit 2.1. Hier alle mit 2.1. Und dann greifen wir mal... ...diesen Turm da an. Falls ich ihn sehe... ...da drauf Feuer. Könnt ihr da hochschießen? Können sie nicht? Dann da drauf. Wir müssen nur die Türme kaputt kriegen. Das ist so das Wichtigste jetzt. Der ist weg. Komm. So, und den da weg. Erzsammler unter Beschuss. Perfekt. So. Wo ist der Erzsammler unter Beschuss? Da oben. Einheit befördert. Einheit verloren. Ach, ja. Erzsammler unter Beschuss. Ich bin auf dem Weg. Einheit verloren. Einheit bereit. Erzsammler unter Beschuss. Ach, die Teleporter gehen mir richtig auf den Sack. Ich sag's euch, aber so richtig. Einheit verloren. Und er hat ernsthaft einen Erzsammler gekriegt, ne? Ist ernsthaft einer gefloppt. Einheit verloren. Einheit bereit. Aber leider ist meine Armee hier so langsam, dass ich aktuell nicht vernünftig hinterherkomme. Um hier zu reagieren. So. Und jetzt hier zurück. Da drauf. Da drauf. Und dann machen wir halt das Beste jetzt hier draußen und versuchen irgendwie einen Angriff hinzukriegen. So. Wer von euch war der, der so low war? Du warst das. Da drauf. Verstärkung war bereit. Hier. Fallschirmjäger. Da landen. Hier. Hier hoch. Das da weg machen. Einheit bereit. Und hier jetzt einfach. Einheit verloren. Unser Glück versuchen. Wir machen sie fertig. Mit der Offensive. Ziel gesichtet. Reparatur läuft. Einheit bereit. Einheit bereit. Beförder. Erstsammler unter Beschuss. Oh. Hier. Passt. Ähm. Da drauf. Hier. Ihr macht hier weiter. Ist mir scheißegal. Der Teleport jetzt hier drüben. Und es hat das Gebäude weg. Einheit verloren. Einheit verloren. Wir lassen uns jetzt nicht für immer hier ärgern. einheit geändert. Ei, ei, ei. Ich das hier sehe. Sehr gut. Das war gut. So, jetzt klar drauf einmal. Also meine Armee ist jetzt echt nicht die stärkste und echt nicht unbedingt in der besten Verfassung hier den Sieg einzufahren. Aber sie ist jetzt auch nicht so schwach, dass ich sage, ich will mich zurückziehen. Deswegen erkunde ich jetzt hier weiter knallhart. Äh, da wir eh noch Einheiten produzieren, ist mir der Rest auch egal. Ach Mensch, ruhig da hoch. Die kurze, die lange Antwort. Ich komm nicht hoch. Gucken wir uns erstmal an, dass hier unten ist. Wollen wir da weiter. So, euch drei noch mit dazunehmen. Okay, bin jetzt was verwundert? Ernsthaft, der da oben schon wieder? Ach komm, verpisst euch. Einheit verloren. Ich muss so gar nicht auf dem Sack, das denke ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie oft der seinen scheiß Teleporter einsetzen kann. Das ist einfach mittlerweile einfach nur noch unverschämt. Erdsammler unter Beschuss. So, das da wegmachen. Erdsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Erdsammler unter Beschuss. Da drauf, da drauf. Da drauf, da drauf. Erdsammler unter Beschuss. Okay, dann doch erstmal da drauf. Einheit verloren. So, da kommen die von hinten. Alter, kommt da viel. Der hat ja mal gar keinen Bock da drauf. Also da würde ich schon fast sagen, da verlege ich jetzt aber richtig ordentlich an Panzern. Die sind aber auch unnötig langsam. Einheit verloren. Es ist jetzt keine Katastrophe, aber eine ernsthafte Hilfe sind sie auch nicht. Du kriegst jetzt mal hier einen neuen Sammelpunkt. Und zwar da. Ach. Da kommt der Sammelpunkt hin. Ihr macht hier weiter. So, wie viele Sammler habe ich denn jetzt eigentlich noch? Mal so just saying am Rande gefragt. Ich glaube nämlich, der hat mir gerade richtig viele Sammler weggewichst. Mit richtig viele meine ich wirklich richtig viele. Der hat, glaube ich, alle Sammler zerwichst, die gerade da oben waren. Das hier regelt sich von alleine. Da drauf. Und wir machen hier weiter. Wir gehen ihn auf den Sack. Wir hören nicht auf. Wir geben ihm jetzt keine Ruhe. Und machen einfach weiter. Alles kaputt, was ich finde. In der Hoffnung, dass der es dann nicht schafft, eine vernünftige Gegenschlagarmee auf die Beine zu stellen. Das war der Missklick, aber egal, passt. Die lasse ich mal kurz jetzt dort stehen. Jetzt muss ich erst mal ganz kurz mich hier unten deffen. So weit, so cool. Wieder dorthin. Was soll ich hier weitermachen? Ich wünsche mir die nächste Armee auf mich zugefahren, wenn ihr das dort seht. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber die nächste ist auf dem Weg. Einheit bereit. Eigentlich ist es jetzt momentan total dumm, dass ich da oben den Sammelpunkt hingesetzt habe. da drauf als erstes. Die schaffen noch nichts. Das versuche ich hier. Einheit verloren. Ähm. Jau. Einheit verloren. Ähm. Mal ein bisschen Schaden drauf zu kriegen. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ganz ehrlich. Einheit verloren. Gut, da hinten hin. Machen wir noch das weg, bevor es ein Problem wird. Perfekt, hart noch gepasst. Erzsammler unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Schlecht. Reagiere. Erzsammler unter Beschuss. Da wieder hin. Wir reparieren alles. Einheit bereit. Reparatur läuft. Da kann ich mich leider echt nicht um alles auf einmal kümmern, wie ihr seht. Da drauf. Einheit befördert. Strom wegnehmen. Knipsen wir ihnen den Strom aus. So sind meine Sammler mittlerweile durch. Fast. Einheit bereit. So, dann. Sammelpunkt. Neues Ziel erhalten. Und hier im Weg zu. Die Sammler lasse ich jetzt machen, was sie wollen. Die können unten abbauen, oben abbauen. Ist mir scheißegal. Baut ab, wo ihr Bock habt. Hauptsache, ihr baut ab. Euch setze ich dorthin. Und hier baue ich hier. Mache ich jetzt. Nehme ich ihn zumindest noch den Strom weg. Oh, das nehme ich ihn jetzt erstes Mal noch weg. Versuche zumindest jetzt eben hier die Basis streitig zu machen. Die nächste hier. Mit dem, was ich hier habe. Das war wiederum nicht so schön, was da geschossen hat. Achso, doch. Okay, dann drauf. Drauf, bevor es Probleme macht. Und das da weg. Jetzt kommt hier immer schon ein bisschen Verstärkung nach. Die Gebäude müssen dringendst weg. Also die Armee ist ja stark genug. Also diese Apokalypse-Panzer, ganz ehrlich. Wenn ihr wissen wollt, mit was ich diese Mission geregelt habe. Dann mit Apokalypse-Panzern. Da drauf, bitte. Danke. Möchte jetzt nicht sagen, dass Apokalypse-Panzer die geilste Regel für alles sind. Aber hier haben sie gut mitgeholfen. Wenn ihr mich gefragt hättet, ob ich die Mission schaffe, mit der kleinen Armee, die ich oben zu stehen hatte, hätte ich definitiv Nein gesagt. Also ich bin selber erstaunt, was diese Apokalypse-Panzer hier geregelt kriegen. Hier direkt mit dazukommen. Je größer die Armee wird, desto besser. Mit dem Sammler weg im Snack. Sehr schön. Das weg, das weg. Dann ist der nächste Sammler weg damit. Der Sammler weg. Okay. Gut. Das hat ihm nicht gefallen. Da kommt dort Armee heraus. Wir müssen das Gebäude da wegkriegen. Das Gebäude da muss weg. Das da. Perfekt. So. Das weg. Jetzt schnappe ich mir erst mal das hier. Und zu reichen der Credits. Sehr schön. Können wir das da mal bitte kaputt machen? Danke. Das da muss weg. Ich habe mich gar nicht gesehen, dass die Tauber hier gar keinen Strom mehr haben. So. Ihr mit zur 1. Ja. Das sind die 20 Minuten rum. Das heißt, wir gehen einmal die nächste Folge. Dann werden wir unseren Rache-Feldzug hier weiter durchführen. Ich bin gespannt, ob das soweit klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bedanke mich jetzt aber erst mal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß. Und sage mal zum Schluss Tschömedö.